Spione und Agenten Flucht über die Signalwand Prager Frühling Leben an und mit der Totengrenze Unruheherd, Grenze Verbotszone Grenzorgane als Ziele der Geheimdienste Verbotszone Das Ende des Eisernen Vorhangs Europa-Region Donau-Moldau 30 Jahre Öffnung Eisener Vorhang Museum Horn 17. Mai bis 31. Oktober 2019 20 Jahre Out 20 Jahre 21 Jahre distillation 22 Jahre 20 Jahre 20 Jahre 30 Jahre